Hi Leute! Heute gibt es eine neue Buchbesprechung und das Ganze zu einem Rezensionsexemplar. Und zwar geht es um Das Leben schmeckt nach Erdbeereis von Tamara Mataya. Das Buch spielt zeitlich nach Manche Tage muss man einfach zuckern von Tamara Mataya. Also hier kommen schon so ein paar Rückblenden manchmal. Es wird sich auf dieses Buch hier bezogen. Aber ich finde, wenn ihr das nicht gelesen habt, könnt ihr dieses hier trotzdem lesen, da es trotzdem eine eigenständige Geschichte ist. Aber manchmal gibt es halt so kleine Anekdoten aus dem Teil hier. Deswegen müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das unabhängig voneinander lesen wollt oder euch erst dieses Buch hier durchlesen wollt. Hier gibt es auch schon eine Buchbesprechung. Das Buch hat mir ja auch sehr gut gefallen damals. Deswegen schaut doch einfach mal hier vorbei, falls ihr euch das erstmal antun wollt. Und hier geht es jetzt aber mit diesem Buch weiter. Wie gesagt, spoilerfreie Rezension jetzt. Kurz Inhaltsangabe. Wie gesagt, ich werde auch nicht auf das Buch eingehen. Deswegen könnt ihr das ruhig unabhängig voneinander auch gucken. Und danach gibt es wieder meine kleine Meinungsecke, wo gespoilert wird. Aber vorher sage ich euch wieder rechtzeitig Bescheid, damit ihr abschalten könnt. Also fangen wir erstmal spoilerfrei an. In diesem Buch hier geht es um Melanie. Und Melanie, ja, die ist ziemlich gestresst in ihrem Job und läuft alles halt nicht so rund momentan. Hatte auch ein scheiß Erlebnis, weswegen sie einfach mal komplett die Stadt verlassen möchte, aus ihrem Leben, aus ihren Zwängen fliehen. Und deshalb macht sie einen Haustausch mit einer Person, die in Florida lebt, in Miami. Also das Ganze hat mich erst so ein bisschen erinnert an Liebe braucht keine Ferien, wo es ja auch einen Häusertausch gibt. Falls ihr den Film gesehen habt, so war das ungefähr hier auch. Also Mel hat ja eine Wohnung in New York, in der sie lebt, so einen kleinen Schuhkarton. Und sie tauscht halt die Wohnung mit einer Frau, die in Miami wohnt, mit einem richtig fettes, geiles Haus. Ja, der Bruder von Mel findet das Ganze aber irgendwie seltsam, dass sie einfach mal drei Wochen Urlaub nimmt und dann auch noch mit einer Fremden das Haus tauscht und dann komplett schön Urlaub macht. Das kommt ihm irgendwie so seltsam vor, das ist nicht ihre Art. Deswegen schickt er Blake, seinen besten Freund, auch nach Miami, denn er hat jetzt auch Urlaub und kann doch mal ein bisschen nach dem Rechten sehen, dass es seiner Schwester gut geht. Hier kommt der kleine Funfact. Blake kennen wir nämlich schon aus dem ersten Teil. Der hat da auch so eine kleine Rolle gespielt. Und das ist also der Blake aus dem anderen Buch, das ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, Blake kennt die Familie schon verdammt lang. Der ist quasi mit der Familie groß geworden, das ist wie seine eigene Familie. Und jetzt sind beide zusammen in Miami und das bleibt natürlich nicht ganz ohne Folgen, denn Mel war schon seit Kindesbein an in Blake verliebt. Und ja, da gibt es ein Ereignis in diesem Buch, das Blake dann auch zum ersten Mal Melanie richtig wahrnehmen lässt, sodass er sie nicht nur so wie eine kleine Schwester sieht, sondern als richtige Frau, in die man sich eventuell auch verlieben könnte. Dieses Buch dreht sich hauptsächlich um Melanie und wie sie halt ihren Charakter entwickelt. Wie sie nicht mehr zufrieden ist mit ihrem Leben und halt versucht, locker zu sein und ein, ja vielleicht auch ein bisschen, ganz anderes Leben zu führen. Und wie einfach das vielleicht im Urlaub geht, wie sie sich da Sachen traut, die sie vorher nicht gemacht hat, dass sie aus ihrer Komfortzone rausgeht und vor allem, wie sie das schafft, eventuell weiterzuführen oder eben nicht weiterzuführen, wenn sie wieder aus dem Urlaub zurück ist. Wie sie diese Freiheit, die sie im Urlaub vielleicht gewinnen könnte, wieder mit in den Alltag integriert. Das ist so, finde ich, die Hauptstory und ich fand sie echt süß. Muss aber sagen, dass mir das Buch nicht ganz so gut gefallen hat, wie manche Tage muss man einfach zuckern, weil ich hier so eine kleine Länge empfunden habe. Also ich fand den Anfang, wirklich die erste Hälfte, ich fand die wieder mega toll geschrieben. Ich liebe den Humor von Tamara Mattaya, weil man liest das einfach und ich fühle mich immer sehr wohl in ihrem Schreibstil und auch mit ihren Geschichten, mit ihren Charakteren. Ich bin da richtig, richtig drin. Ich fühle mich immer sehr, sehr wohl. Und das war halt auch wirklich, als würde man irgendwie erst mal nach Hause kommen. Aber leider fand ich dann die Mitte ein bisschen träge, ein bisschen langweilig. Ich fand, da ist nicht mehr so viel passiert. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, kommt jetzt hier noch was oder war es das jetzt? Gegen Ende kamen dann leider Gottes so Sachen, wo ich mir schon gedacht habe, dass das passieren wird. Das hat mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker gerissen. Aber es ging dann auch wieder ein bisschen weg. Also ein bisschen Spannung ist ja dann schon passiert. Und ja, dieses Buch wird auf jeden Fall aus zwei Perspektiven geschrieben. Man hat einmal immer so ein Kapitel von Melanie, dann ein Kapitel von Blake. Steht auch immer oben drüber. Also es sind keine verwirrenden Perspektivenwechsel innerhalb eines Kapitels, sondern es ist schön klar abgegrenzt. Ja, das Ganze hat jetzt von mir drei Sterne bekommen, eben weil es so ein paar Längen hatte, die mich dann nicht so dazu verleiten lassen haben, dass ich dieses Buch lesen möchte. Aber ich fand es trotzdem sehr schön, sehr toll. Und wie gesagt, drei Sterne sind ja immer gut. Viele denken immer, oh mein Gott, drei Sterne ist voll schlecht. Nein, für mich sind drei Sterne halt ein gutes, durchschnittliches Buch, was man gerne gelesen hat. Und gerade jetzt zur Sommerzeit, wenn die Sonne scheint, ist das auf jeden Fall eine Empfehlung wert, wenn ihr auf sowas steht. Ja, ich würde sagen, das war jetzt meine kleine Buchbesprechung zu diesem Buch, spoilerfrei. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen ins Detail gehen, was ich vielleicht besonders schön fand oder was ich besonders ätzend fand. Also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet jetzt ab. Ich danke euch fürs Zuschauen. Aber für alle anderen geht es jetzt weiter mit ein paar Spoiler-Informationen. Was ich ja erstmal ziemlich cool fand, war, dass dieses Buch ja wirklich ein bisschen einen Rückblick hat auf das andere Buch. Weil, wie gesagt, Blake kennen wir ja daher. Deswegen sind da schon so ein paar Anspielungen. Und das fand ich, also gerade am Anfang und am Ende, das fand ich sehr toll. Hat mir sehr gut gefallen. Dann fand ich die Idee auch sehr gut. Wie gesagt, ich habe mir das hinten jetzt durchgelesen und dachte sofort an, Liebe braucht keine Ferien. Es war aber nicht ganz so, da sie ja nicht da vor Ort dann plötzlich jemanden kennengelernt hat, den sie noch gar nicht kennt aus dem Freundeskreis, von der Person, mit der sie getauscht hat. Sondern, dass es eben schon eine Person ist aus ihrem Leben und wo vorher auch schon so ein paar Gefühle von ihrer Seite aus waren. Blake ist richtig, richtig toll. Also ich fand ihn als Charakter unheimlich charismatisch. Weil der ist einfach lieb und gleichzeitig aber auch total anziehend und kümmert sich. Und das war einfach ein toller Charakter, fand ich. Und Melanie, genau das Gleiche. Also ich kann schon verstehen, dass es ihr da ziemlich schlecht geht in dem Beruf, aber ganz ehrlich, das ist wieder so typisch Amerika. Das würde es hier gar nicht geben, wenn ich im Urlaub wäre und mein Chef würde mich irgendwie über mein Handy anrufen. Erstmal würde das gar nicht passieren, weil der wüsste, dass ich im Urlaub bin. Egal, wo ich bis jetzt gearbeitet habe. Und zweitens sollte doch mal sowas passieren. Da wird doch keiner auf die Idee kommen, mich deswegen anzukacken und zu sagen, ja, du bist jetzt im Urlaub, aber trotzdem mach mal hier bitte, bearbeite mal die E-Mails oder ruf doch mal eben da an. Das kann doch nicht so schwer sein. Total dumm. Also das war wieder so typisch Ami-Job-Gedöns, was hier wahrscheinlich nicht so schnell vorkommt. Aber was für eine Nervenbacke das war, ne? Was in diesem Buch halt so spannend war, war halt einfach der Anfang, wie die beiden sich jetzt neu kennengelernt haben, wie die sich näher gekommen sind und dann die Gefühle füreinander aufgebrodelt sind. Und dann fand ich Wurzelt ein bisschen öde, als sie sich so hatten. Das ist ja oft leider in solchen Büchern so. Wenn so die Jagd vorbei ist, wird es ein bisschen schnulzig und ein bisschen öde manchmal. Aber hier war auch noch das Schlimme. Es wurde irgendwie öde, weil die sich nur die ganze Zeit in den Himmel gegenseitig gelobt haben, wie toll sie ist, wie toll er ist. Und dann war ja auch der Part, dass ja die Freunde von der Person, der das Haus eigentlich gehört, ja auch noch aufgetaucht sind und dann alle irgendwie nur, yeah, wir machen Party und Spaß und weiß ich nicht. Fand ich irgendwie komisch. Und das Ende sowieso, Leute, ne? Ich meine, ich finde das schon wieder total dusselig, dass es da wieder eine Person gibt, die sagt, oh, der hat sich ja eigentlich nur in die Person verliebt, die ich im Urlaub war, weil ich war da anders, ich war da frei und gelassen und so bin ich im Alltag eigentlich gar nicht, der hat mich nicht verdient. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich habe irgendwann jetzt noch ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, wo das das ähnliche Szenario war, wo einfach schon wieder kam, ah, ich bin nicht die Richtige für ihn, ich bin es nicht wert, er hat was viel Besseres verdient und ich denke mir immer das Gleiche, was dann der andere Teil der Beziehung auch in dem Moment denkt, nämlich lass mich doch selber entscheiden, ob du es wert bist oder nicht. Ob ich das möchte oder nicht. So, nein, aber das war, das war das, was ich halt vorhergesehen habe, dass sie das dann sagt und dass sie ihn wegstößt, dass er dann erstmal pissig ist, dann sind die alle gegenseitig erstmal kurz pissig und am Ende haben sich doch wieder alle lieb. Also das war wieder so ein bisschen unnötig und vorhersehbar, aber mein Gott, ich mochte das Buch trotzdem einigermaßen. Was ich auch richtig blöd fand, war, dass der Bruder von Mel ja erstmal so auf einmal einen auf Diva gemacht hat und so rumgezickt hat, wie ich möchte, weil der Blake ist ja sein bester Freund und dann, naja, ich möchte erstmal nicht mehr mit Blake zu tun haben, weil ihr beide jetzt zusammen seid. Da denke ich mir, so toller Freund bist du, das ist echt voll der harte Grund, jetzt keine Freundschaft mehr zu führen, aber hat sich ja Gott sei Dank auch alles erledigt, aber so Drama, wo kein Drama notwendig sein muss. Das war hier so ein bisschen teilweise die Devise. Aber das war auch jetzt alles, was ich noch zu dem Buch loslassen wollte. Ich fand es, wie gesagt, sehr gut und wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder falls ihr das andere Buch gelesen habt, könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie eure Meinung dazu war und dann würde ich sagen, war es das auch jetzt mit dieser Buchbesprechung. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao! 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 Ciao!